Hallo Vechta, ich bin Wiebke Wilms, bildende Künstlerin aus Halle an der Saale und bin spezialisiert auf Papiercollagen. Das Artist in Residence Projekt der Stadt Vechta hat mich und mein Projekt Jeder Schnipsel zählt dieses Jahr ausgewählt, im März hier zu sein und mit euch allen Interessierten Collagen zu erstellen in halbtägigen Workshops, die dann von mir zu einer riesigen Gesamtcollage zusammengesetzt werden, die unter der Leitfrage, was macht das Miteinander in Vechta in unserer Stadt aus, gestaltet wird. Diese Collage wird dann in der Stadt präsentiert und ich freue mich sehr, wenn ihr euch alle beteiligt und wir gemeinsam ein riesiges Gesamtkunstwerk schaffen. Bis März! Miteinander in Vechta